Hallöchen Leute herzlich willkommen wieder bei Black Ops 2 ich hab lange nicht oh lol der Arschloch ich bin jetzt schwer ge- leck mich am Arsch schon wieder von hinten wer spielt lol 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 das kann nicht sein wir spielen schon wieder Black Ops lol bist du nicht verarschen lol wo er kommt rein hä wo lol ha lol diese schruttführende Nub leck mich am Arsch, geh mir auf Piss was zu geier hinter den Terpen kann ich auch ich habe so dauerfeuer und ich bin so vergnung ich habe letztes war adventure gespielt also ich bin aus spiel aus ich muss ein bisschen wo ist der ich geh weg einer der ist hinter mir ah der ist rausge- ah ok f*** dich ganz ehrlich du kannst mich auch geil lassen wir so ja klar mit schlott der leckerung wie boah ich hatte die Kinder welche spielen Black Ops 2 eigentlich sollte ab 18 das erlaubt sein das war kurze runde ich mache noch eine runde die andere lobby wird sagen so mir noch ein lobby das war vielleicht alle noch mal für frei ah habe ich gesehen glaube ein youtuber ist dabei ich habe nicht dann finde ich besser ne doch schlott die So, Glück gehabt, hab ich. Hatte ich. Ohohohoho, nice. Haha, langsam weg, fehlt was? Du bist so ein... Ohohoho, kann ich nicht gehen. Was finde ich so ein Böttchen, bitte? Oh, lock mich am Arsch. Kleiner. Der gammelt rum wie einer. Ja, der auch gammelt. Nee, komm nicht rein. Wieso lade ich nach an der Scheiß? Fällt nämlich auch. Loll, diese hellige Mission. Habe ich irgendwas? Nee. Warte, muss ich schauen. Ah, hellig hellig, gegen hellig hellig. Ah, hab ich gar nicht. Scheiße. Okay. Doch, mein Gewehr muss ich... Loll, hab ich den hellig abgeschossen. Toll. Boah, lol. Gib dir. Gewehr. Nee. Alter. Wie nice! Ja toll, ich kann auch so schießen, wenn ich wieder schneller zu ziehen konnte ich. Ich muss da mal schauen, ob hier jemand es nicht hat. Oh lol, ich hab das super, wow ich bin zweiter, geil! Ich hab nicht gedacht, aber Dietmar war mir richtig gut, finde ich. Oh, gut, easy! Wie viel hab ich? 12 Kills? Wow, der war übrigens gut. So Leute, ich werde sagen, das war's für heute! Ich freu mich sehr, eingeschaltet und wir sehen uns die nächste Woche. Tschüss!